hey leute und willkommen endlich wieder zurück zu eve echoes für alles nicht wissen ich war zwei wochen im urlaub deswegen kam kein video keine angst ich bin noch weiterhin im hype auf das game ich finde es mega geil wir haben jetzt auch den ersten monat hinter uns in eve echoes und haben dadurch einen richtig geilen login bonus auch bekommen sozusagen ein erstes mondfest wir hatten das mondfest und haben 200.000 abend das kühlpunkt bekommen also alles ziemlich geil müssen noch immer am anfang und leute heute geht es darum kann dieses halbe schiff etwas oder nicht bei der linken seite sieht es ganz cool aus irgendwie ein bisschen wie eine pistole und der rechten seite dachten sich ach komm scheiß drauf die baume nicht fertig und leider genau so fühlt sich das schiff an wie nicht fertig es ist ein fucking schlachtkreuzer leute das ist ein t7 schiff so unter anführungszeichen du kannst du schon fliegen mit t1 also mit technik stufe 1 das neue spieler könntest du jetzt einsteigen weil es ein fraktionsschiff ist aber wir alle sind wahrscheinlich noch nicht der sieben ich denke niemand ist der sieben schon geht das schon auf jeden fall ich glaube auch nicht das heißt niemand kann diesen schlachtkreuzer auch skillen die verteidigung erhöhen die geschwindigkeit erhöhen gar nichts du kannst du kannst nichts killen weil du nicht diese stufe hast bekommst aber dieses schiff was schon mal logischerweise dann nachteile gibt im gegensatz zu deinen eigenen kreuzern die du ja schon geskillt hast hoffentlich die verteidigung geschwindigkeit blablabla schild und so weiter das fehlt halt hier zum beispiel schon mal alles natürlich bekommen wir coole fraktionswaffen und die kamera kurz ausmachen coole fraktionswaffen sind ganz cool wie gesagt der mensch ist da auf jeden fall er kann der mensch austeilen schießt aber unter anführungszeichen aber relativ langsam im vergleich zu meinen raketen als beispiel dass ich mache auf jeden fall mehr schaden als dieses schiff in der zeit gerechnet sind dps der mensch per second und das ist mal so ein kleiner nachteil bloß dazu dafür dass das schlachtkreuzer ist es hat nur vier waffen das sagst du hä warum wieso weshalb meine karaka navy hat zum beispiel fünf was auch schon mal den damage senkt und damit auch die warum soll ich das schiff job spielen es fliegt nur 150 ms das ist mega langsam jedes andere schiff läuft euch gefühlt um die orten viel viel schneller als ihr und das problem ist nämlich wenn die schiffe zu nahe kommen trefft ihr gefühlt nie wieder wenn das generische schiff drei kilometer neben euch ist war es das im großen ganzen also ich habe heute mission alleine getestet ich konnte die nicht besiegen ich konnte gerne nicht abschließen es ging nicht ich konnte weder wegfliegen weil die gegner viel schneller sind als ich noch konnte ich mich wehren weil auf diese drei kilometer als beispiel kann ich nicht treffen es ging nicht ich habe so oft versucht ich bin dann rausgeflogen apropos rausfliegen nächster nachteil aber es dauert mega lange logischerweise ist ein großes schiff bist du dich vom fleck bewegst und in den warp eintritt das heißt es dauert viel lang länger bis du fliehen kannst auch schon mal wieder schlecht dann es hat zwar einen großen energiespeicher aber der ist auch schnell leer denn diese waffen verbrauchen energie dieser lega waffen 30 pro schuss sozusagen und es sind vier stück kannst du mal rechnen da ist 4000 nicht viel dazu musst du natürlich dann auch deine schilde die ganze zeit nutzen weil du nicht die hohe verteidigung hast weil du sie nicht forschen kannst dann musst du zwischendurch den afterburner benutzen um wenigstens ein bisschen geschwindigkeit rauszukriegen der frisst aber auch wieder viel energie und plötzlich stehst du da ohne energie und dann kannst du gefühlt nicht mal raus vor das schiff hat leider mehr probleme als es irgendwie vorteile gibt woher bekommt man es aus dem täglichen login bonus bei tag nummer 30 wenn man am omega mitglied ist das heißt mindestens die kleine stufe freigeschalten hat was man auch mit ingame währung machen kann sich das spielen aber so oder so immer da ich bin vom schiff nicht überzeugt ne ich auch nicht also gerade halt wenn jemand schon ein bisschen in t6 bereich ausges gilt also ausges gilt es niemand sondern gut reinges gilt hat kriegt man auch kreuzer zusammen die mehr schaden machen ja die mehr aushalten und schneller fliegen klar kann man natürlich sagen hey ich gehe jetzt in die zerleger ordentlich rein schlacht kreuzer kann erst mit t7 dazu kommen dies gilt es dazu aber ich würde zeit nicht machen weil das schiff ist halt einfach auch noch eine glaskanone es hat sehr wenig verteidigung für einen schlacht kreuzer ja und ich sag mal so man hat keinen fortschritt wenn man in die zerleger gilt es fehlen dazu noch die nötigen schiffe drauf das heißt irgendwann werdet ihr mit dem schiff feststecken aber wahrscheinlich eher früher als später und ja was macht ihr dann wenn ihr auf die zerleger gespielt hat deswegen würde ich auch eher sagen ja es ist ein sammelgegenstand es ist nice to have aber erstmal weiter auf die jeweilige fraktion konzentrieren wo ihr gerade seid und dort weiter die waffen ausgehen genau aber so ihr seht zwar schon mein t6 schief ich habe fünf waffen drauf ist schon mal ein krasser vorteil macht dadurch auch logischerweise mehr damage habe fast die gleiche verteidigung fliege aber extrem viel schneller kommen die gegner also meistens auch davon sozusagen ich muss kein afterburner benutzen und also es gibt es gibt einfach keinen grund vor allem wenn ihr ein t6 schiff habt wenn jetzt aber sagt ja ich habe wahrscheinlich ich habe ich bin nicht so viel ich habe nicht so viel geld dann kann es auch sein dass du sagst du deine karaka trainer hier zum beispiel ist jetzt vielleicht doch sehr viel schlechter aber auch dann also ich sag mal so leute wenn euch ein gegner am arsch klebt mit dieser ganz normalen karaka trainer die ja jeder bekommen kann als beispiel in der gegner die auf drei kilometer am arsch steht du triffst trotzdem wenn er 20 kilometer weg ist triffst du auch und allein das ist für mich schon der grund wenn ich in der situation bin und ich alleine fliege und ich bin komplett hilflos ich kann den gehen nicht abschließen weil er drei kilometer neben ist dann ist es für mich kein gutes schiff das ist für mich schon mal echt scheiße dann muss ich wenigstens die möglichkeit haben entweder schnell genug wegzukommen also schneller fliegen oder so dass ich halt diese reichheit wieder habe oder ich muss extrem viel aushalten was er dieses schiff auch nicht macht oder ich brauche eine riesige reichweite sie sage jo ich überhaupt mich ins gebiet rein auf 50 kilometer entfernen zum beispiel bin dann keine ahnung 70 kilometer vom gegner entfernen und schießt ihn da schon an das ist geil damit treffen würdest aber das neue raumschiff trifft halt nur auf 28 kilometer oder 27 und das ist nicht so weit weg das sind die gegner dann doch relativ schnell bei dir und du kommst einfach nicht weg deswegen finde ich zum beispiel die karaka trainer die man kostenlos bekommt einfach besser als das neue raumschiff und das ist traurig und das eigentlich das hier ist nur ein kreuzer und billig gegenstand und anführungszeichen und das andere ist einfach hardcore 30 tage login raumschiff was ein schlag kreuz ist eine stufe höher und aber schlechter also ich bin davon überzeugt wir können gerne mal in mission reingehen über die ich rüste wieder mein raumschiff aus wir fliegen mal zu einer mission dann zeigen wir euch was sie genau meinen also der mensch wie gesagt kann natürlich echt geil sein aber der funken springt einfach nicht über leute aber jetzt sagen soll ich mal bevor wir aber reingehen in die mission leute ganz wichtig die tenor rabbits hier rechts oben seht es wie es geschrieben wird die abgötzung tera die müsst ihr nicht suchen sucht bitte nach den tenor rabbits genau richtig geschrieben groß kleinschreibung beachten wenn ihr beitreten wollt wir haben ich glaube ich habe 80 mitglieder aufgestockt wir können auch leute annehmen wir würden am liebsten aber annehmen leute die gern meinen oder schiffe bauen zum beispiel so konstrukteure sind dass wir uns am liebsten wie ihr seht wir haben auch keine 15 prozent steuern mehr wir sind bei zehn runter warum wir haben unsere schulden beglichen wir haben wieder geld mehr wir sind flüssig werden auch demnächst ein büro mieten genau mit hangar und allem drunter genau also schiefer stehen auch bereit wahrscheinlich so ein paar karakalltrainer reinstellen aus spaß und wir suchen auch eine allianz also falls ihr da draußen eine deutsche allianz seid und euch denkt die tenor rabbits die wird man gerne noch mit aufnehmen schreibt auf jeden fall auch gerne in die kommentare oder schreibt mir privat auf twitter instagram und im disco server alle links im video beschreibung aber bewerbt euch gerne bei den tenor rabbits es gibt auch ein eigenes video dazu kann ich auch gerne mal verlinken auf der endcard und ja immer noch was zu sagen zu gehen gerne aktiv auf eine bewerbung gerne bitte auch reinschreiben was er denn macht und wir einen anhaltspunkt haben ja was was sie dann auch für eine aufgabe nehmen wollten der kopf und ja vielleicht sieht man sich dann am spiel so sieht es aus wir gehen jetzt rein in die mission so leute wir sind jetzt genau rein geflogen in die mission ist die gegner sind noch alle relativ weit weg sehr gut für uns also ein bisschen drauf bei damit sie wissen der mensch steht auch und achtet immer schön auf die energie falls sie mich dann gleich angreifen wenn ich ja auch schießen muss sozusagen der erste schon darf kann man nicht alle abknallen ist jetzt war schon lange es dauert ja ich sehe der der mensch ist ja da das ist ja nicht das problem leute das problem ist einfach nur dass der gegner auf euch zu fliegt und ihr dann im arsch sein damit ihr seht er ist geil das ist ja auch außer frage ich sehe der wach mit der energie untergeht wie gesagt vor allem wenn ihr dazu dazu noch das schild benutzen müsst was ja meistens müsst bei der mission also ich lasse es mal absichtlich laufen und dann werden wir schon sehen wie schnell die energie runter flitzt also wir haben es echt bemerkt vor allem wenn man die gegner einfach nicht trifft wenn man ständig schießt und daneben schießt das ist echt krass also ich habe jetzt den vorführeffekt und es läuft eigentlich ganz gut es sieht doch ganz geil aus muss ich sagen mit diesen grünen strahlen meint ich zeige es nochmal wenn er gerne mal schießt ja genau diese grünen strahlen strahlen hoffentlich seht das die bleiben wir erhalten und schießen auf den gegner das ist ziemlich cool aber es jedoch der damage von gegner ist auch nicht schlecht weil wir keine verteidigung haben weil das tief ins kinder und ihr seht ich lasse mein schild booster durchlaufen wir sind jetzt schon bei der hälfte der energie aber es ein längerer kampf ist nicht so wie hier bei 90.000 mission dann die energie so schnell leer weil hat allein die waffen schon so viel energie fressen wenn es noch den damage booster dazu einschalten zum beispiel und jetzt sieht es auch dagegen ist vier kilo neben mir ich habe daneben geschossen jetzt fängt die scheiße an wenn er das nicht trifft ich treffe auch nicht daneben daneben und wir bekommen damage wir müssen gegen heilen uns geht die energie langsam aus ihr seht ja jetzt aber das schiff ist zu klein das noch dazu dass du ja immer da ist aber auch weiter weg von mir was ich habe noch gar nicht getroffen drei kilometer ist jetzt ist umkreist mich ist umkreist mich meine energie da schreit schon die in der mitte und sie dieser wird schon ein bisschen lehrer also ja ohne aber da würde ich mal sagen das wäre schon mal nichts gewesen und jetzt kommt der nächste mal schon also ihr seht schon ein kleines energie problem also ich würde sagen mindestens braucht man dabei wenn man es unbedingt spiel mit das das schiff diese energiezelle die euch plus energie gibt das ist die batterie mit dem plus zeichen dabei die unbedingt mitnehmen und ich würde auf jeden fall ein afterburner nutzen auf der stelle den habe ich noch gar nicht eingeschaltet das kommt dazu wenn ich den afterburner aktiviere um eben vom gegner ein bisschen zu fliehen weil er dann maximal 270 km h ms erreicht dann ist energie noch schneller leer bis jetzt bis jetzt in fälle drei ich schieße die ganze zeit nutze meinen schild booster wie es halt im kampf üblich ist und die energie ist bei 25 prozent 22 prozent 19 prozent ja der der mensch ist geil es sieht gut aus aus dem schaden rauszuhauen du hast es dauert auch in der zeit wo er einmal schießt schieße ich knapp zweimal mit meinen raketen und macht dadurch im mehr schaden weil sie ausgespielt habe natürlich aber wie immer du meint es macht nicht viel sinn diese waffen zerleger zu skillen weil nur zwei raumschiffe das nutzen zurzeit ich habe sie ein bisschen geskillt wie ihr seht um schon mal ein bisschen mehr damage zu machen vor allem für euch für das video aber ich würde nicht mehr rein killen weil nur das schiff benutzt diese waffe sonst keines in zukunft kann es sein dass diese fraktion die fünfte die bisher neue fraktion im spiel krass gepusht wird noch mehr raumschiffe kommen noch mehr sinnvolle möglichkeiten die zerleger einzusetzen und so weiter und so weiter dann ja vor allem es gibt doch die großen zerleger hier unten die wir noch gar im spiel haben also es kann geil werden der damage ist auch toll alles ist schön aber nee er ist mir zu langsam die energie geht so schnell leer ist eine glaskanone punkt aus ende immer noch halb so sie hinzuzufügen nee das meiste schon gesagt also die energie ist halt das ding ist halt schwere missionen sind vor allem halt sehr langatmig gerade wenn man sie vielleicht mal alleine fliegen muss und dafür ist das schiff halt überhaupt nicht geeignet da gibt es kreuzer die sind besser mit weniger skill einsatz und wir wollen gar nicht von den schlacht kreuzern reden wenn die da sind da gibt es deutlich bessere optionen also vor allem ja wenn wir die t7 schiffe kaufen und fliegen können hat das schiff sowieso kein licht mehr jetzt kannst du mithalten mit unserem schiff auf jeden fall natürlich aber ich sag mal so viele leute die nie nein leute nicht viel spielen können und nicht so viel geld haben ist es cool das zu haben einfach so als bonus nur und damit rumzufliegen ok pvp kann es auch ganz nützlich sein und man kann es reparieren mit den login boni die wir haben von free to play und von diesem omega system haben wir insgesamt so um die 50 tickets bedeutet man kann es dreimal reparieren es kostet mich 16 dieser reparatur tickets das schief zu reparieren dreimal kosten das reparieren kann man also sagen joo nimmt es vielleicht mal pvp wird es halt abgeschossen pech gehabt die items sind dann trotzdem weg aber die waffen kosten auch nicht so viel im shop weil ja es spielt halt keiner es sind zwar fraktionswaffen aber sie sind nicht viel wert ja das ding ist mit den waffen könnte sich vielleicht noch ändern weil verkauft ihr bloß nicht ja weil ich die werden potenziell weniger und nicht mehr und ja ich würde sie vorsichtshalber auch mal behalten ja vielleicht sogar noch eine kleine charge kaufen wenn sie günstig ist aber ansonsten ja gesagt wir haben fünf stück bekommen sagt ihr kauft noch drei dann habt ihr eine reserve vierer service sozusagen aber ja verkaufen wir nichts davon es ist ein schönes sammler stück so oder so und es läutet ja vielleicht irgendwann eine neue ära in dieser neuen fünften fraktion vielleicht wird sie ganz cool wir haben jetzt noch diesen zehn nagelfingernage getestet auch ein lustiges schiffchen aber es ist mal so ein funding einfach es ist es ist cool zu haben es ist lustig ich bin auch die idee geil dass es links zu ist und rechts offen es ist eine coole sache wir können abwarten was draus wird bisher kann ich es nur leider nicht empfehlen zu spielen bleibt bei uns hier 56 schiefen erst mal vor allem in t7 da ist ist das schiff sowieso erst mal aber ja es ist halt das ist es ist ein bisschen lustig ein bisschen abwechseln für zwischendurch danke fürs dabei sein nur gerne doch leute ich habe es ein bisschen geholfen das schiff ein bisschen mehr einzuschätzen wenn ihr mehr tipps und tricks videos sehen wollt seid ihr hier genau richtig drückt jetzt auf der endcard auf die playlist schaut euch alle videos durch an dann checkt ihr was abgeht und redet wie gesagt gerne den tenorapids bei bewerbungen schreiben was ihr seid bla 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 bewerbt euch leute bis zum nächsten mal haut haut rein und ciao ciao